willkommen zurück zu einem neuen tutorial auf meinem kanal heute zeige ich euch wie man die one block welt in minecraft installiert dafür gehen wir kurz auf eine seite und wir sehen uns gleich wieder bis gleich hier sind wir wieder ihr müsst einmal auf diese seite hier one block heiße dies auch in der video beschreibung verlinkt dann müsst ihr hier einfach nur runterscrollen und auf herunterladen gehen natürlich die neueste version wählen die version ist jetzt hier 1.1 6.4 da einfach drauf und dann bitte der download starten hier oben oder unten keine ahnung hier sieht man das dann geht ihr einfach hier unten zu download und sieht einfach den ordner hier einfach raus auf dem desktop so und dann wenn ihr das gemacht habt geht ihr unten auf suche und gibt ein prozent app data prozent so dann ist dieser ordner hier müsst ihr einfach auf öffnen dann seht ihr hier diesen ordner punkt minecraft da müsst ihr drauf und auf sales und dann seht ihr hier schon die beiden ordner ich habe ja hier schon zwei wird zwei welten new world und hat die one block schon installiert aber falls sie erst noch nicht gemacht habt dann geht ihr einfach hier drauf auf euren ordner installiert habt dann ist er dieser ordner und diesen ordner einfach nur hier rein ziehen das sei hier schon gemacht deswegen brauche ich das nicht mehr aber einfach hier unter punkt minecraft selbst einfach diesen ordner einfach hier rein ziehen ich bin natürlich schon gemacht deswegen brauche ich das nicht mehr kann es hier löschen und dann wenn ihr das gemacht habt seid ihr eigentlich schon fertig dafür gehen wir kurz noch einmal in minecraft rein leute bis gleich weil hier sind wir wieder und dann müsste eigentlich hier diese welt bei euch angezeigt werden dann geht ihr einfach hier drauf ich machs jetzt nicht und dann müsste da irgendwie noch so eine meldung kommen irgendwas kommt da so eine meldung und dann steht da irgendwas ich weiß was ich tue dann müsst ihr halt einfach nur ich weiß was ich tue drücken und dann könnt ihr in ruhe spielen ich hoffe ich konnte euch helfen und wenn es euch gefallen hat dann das ist ein like und abo da würde mich freuen und wir sehen uns zum nächsten video bis dann